Stipe Ercik ist ein deutscher Schauspieler. Leben Ercik kam mit seinen Eltern im Alter von vier Jahren aus Kroatien nach Deutschland und lebte zunächst in Tübingen. Nach dem Abitur verbrachte er einige Zeit in New York. Von 1996 bis 2000 absolvierte er eine Schauspielausbildung am Europäischen Theaterinstitut in Berlin und besuchte parallel dazu das Grotowski-Zentrum in Pontedere, Italien. Sein Theaterdebüt gab er 1998 auf der Studiobühne Hans Eisler in Berlin. In dem Kurzfilm Kiki und Tiger von Alain Gesponer stellte er 2001-2002 erstmals sein Talent als Filmschauspieler unter Beweis. Durch diesen Film wurde auch Hans Weingartner auf ihn aufmerksam und besetzte mit ihm den Spielfilm Die fetten Jahre sind vorbei, der 2004 im Wettbewerb der Filmfestspiele in Cannes lief. Es folgte der Film Sommerhunde Söhne des Regisseurs Cyril Tuschi. Sein Faible für kaputte Typen demonstrierte er in dem preisgekrönten Film Der Typ und im Fernsehfilm Karlschlag, jeweils unter der Regie von Patrick Taus. 2007 spielte er die Rolle des RAF-Terroristen Holger Mainz in der Verfilmung von Stefan Austs Bestseller Der Baader-Meinhof-Komplex. Zusammen mit dem Autor Alexei Schipenko gründete Stipe Erček außerdem 2013 die Filmproduktionsfirma NOND UAL Productions, die bisher die Filme synchronisiert und Globo de Fogo produziert hat und seit 2014 zusammen mit dem Theater CTB Compagnia de Teatro de Braga, Portugal verschiedene Filmprojekte verfolgt, die Theater und Filmarbeit miteinander verbinden. 2014 und 2015 entstanden dabei der Dokumentarfilm Semana Santa und der Spielfilm Fitteliche. Stipe Erček ist verheiratet, Vater zweier Kinder und lebt in Berlin. Auszeichnungen Förderpreis Deutscher Film 2004 für seine Darstellung in den Filmen Such mich nicht und die fetten Jahre sind vorbei Max Oppes Preis 2004 als bester Nachwuchsdarsteller für Jugo Tripp Hessischer Fernsehpreis 2012 für seine Rolle in Blaubeerblau.